Es gibt zwei Möglichkeiten im Leben eines Sauerteigbäckers. Entweder hat er zu viel Sauerteig und möchte ihn gern loswerden, oder er hat zu wenig oder noch gar keinen, dann möchte er gern welchen haben. Und da gibt es ein paar Sauerteigbäcker sicherlich, die werden keine Lust haben, eigenen Sauerteig anzusetzen oder vielleicht ist er auch einfach kaputt gegangen und dann ist man deprimiert und hat keinen Mut mehr, einen eigenen Sauerteig zu züchten. Deshalb gibt es ein Angebot im Internet, das hängt mit einem Buch von mir zusammen, das ich geschrieben habe mit einer Co-Autorin, mit Judith Stoletzky, 750 Gramm Glück. Wir haben dort eine Plattform aufgebaut, eine Art Dating-Plattform für Sauerteigfreunde und für Sauerteige. Da kannst du einfach in eine Deutschlandkarte schauen oder auch Österreich ist dabei. Wer hat einen Sauerteig abzugeben? In die Nähe klicken, vielleicht ist es sogar der Nachbar. Dann trifft man sich und tauscht den Sauerteig aus. Da sind schon echte Sauerteigfreundschaften entstanden. Wenn du also keinen eigenen Sauerteig herstellen möchtest, schau einfach mal auf www.sauerteigbörse.de. Das und vieles mehr findest du in meinem Videokurs auf siebenhauben.com